oder packt ein Heli aus oder so, dann versucht ihr irgendwie so abzuhauen ja lol, die irgendwelche Rebell... äh Frank schießt auf die, alter alter, was ist mit der los, Junge ey, am Außenpüsten dürfen auch alle auf die Bullen schießen, ne? ja, du findest die ruhig auf die, aber ich verpiss mich hier wieder was für die Low-Bobs, ist ganz ehrlich was ist los? oh, die Hülle ist hoch haben dich geramst? ja, warum? Hülle ist, äh... ganz die Bullen haben ausgerufen